Die Krauts Bau GmbH ist ein traditioneller mittelständischer Bauhandwerksbetrieb der Lausitz. Gegründet 1991 etablierte sich das Unternehmen rasch am Markt zu einem anerkannten, soliden Handwerksbetrieb der Region. Als Generalunternehmer steht ihnen ein motiviertes und gut ausgebildetes Team von der Planung, Vorbereitung bis hin zur Durchführung ihres Bauvorhabens zur Verfügung. In persönlichen Beratungsgesprächen informiert Geschäftsführer Diplom-Ingenieur Bernd Gollnig seine Kunden über neueste technische Entwicklungen und garantiert damit ökologische und nachhaltige sowie regenerative Bauweisen. Eine große Stärke des Unternehmens ist die Rekonstruierung denkmalgeschützter Fassaden. Davon profitierte auch die Sandor-Oberschule. Das Eingangsportal wurde komplett rekonstruiert. Als Mitglied der Innung des Bauhandwerks Cottbos und dem Spree-Neiße-Kreis bildet die Firma seit Jahren Auszubildende im Maurerberuf aus. Krauts Bau GmbH, ihr moderner Dienstleister im Bauhandwerk.